Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Wir sind jetzt in Folge 39. Kann selber gar nicht glauben. So, wir wollen immer noch die Quests da hinten abgeben. Müssen uns langsam vorschleichen hier, weil die sind doch recht groß mit 36. Drei Level höher als wir. Aber wir tun unser Bestes. Wohl je nachdem, wie viel EP wir noch bekommen, sind jetzt 74% oder haben 74% vom Level. So ist es gut. Wir bekommen ungefähr 2% pro Mann. Na, vielleicht kriegen wir das hin und kriegen hier drin sogar noch ein Level ab. Wir müssen uns ja nachher noch zurückkämpfen. Warten, überlegen, wenn wir uns am besten angehen. Du wartest. Okay. Ich werde nicht unbedingt irgendwas böses mitpullen. Nicht gleich die ganze Horde da haben. Das wäre uncool. Gut. So. Na gut. So geht der Plan auch auf. Zwar nicht so wie ich wollte, aber... Alle. So. Wie geht der Plan auch? So. So. wir schlechten sein dahinter ist die Kiste von daraus weiß ich nicht klappt da müssen wir noch mal zurück und das ähm dieses Questlager nenn ich mal 80 Prozent das geht recht fix sehr gut Platz hier haben wir auch noch ein bisschen schon mal gucken ob wir irgendwas nehmen können trinken wir doch schon mal unser Mana hier da krieg ich noch einen Appel na ich glaub muss ich gleich mal äh umschwenken auf süßen Nektar das ist ganz gut äh genau dann lassen wir nix aus nicht dass irgendwas dann durch dadurch dass die ja immer weglaufen irgendwas äh zusätzlich pullen das wäre nämlich ein Rucks ähm so wunderbar wunderbar ähm sehr gut ja das klappt auch ganz gut hier finde ich das klappt ganz gut nee das wollte ich nicht das war ein Laufverkehr auch gut ich freue mich schon auf die ersten Instanzen hier mit dem oder mit uns und mit euch mit dem Jäger hier na das war schon lustig sind wir hier nein schön ja na gut das ist jetzt nicht so was verbrochen aber gut und der ist schon 37 aber geht auch noch ganz gut ja du musst halt nur aufpassen dass sie nicht zu weit weg laufen dann okay verdammte tat schmeißen wir hier schmeißen wir weg äh obwohl das blubbel wasser hat ja auch echt viel das sehe ich gerade kommen nicht viel mehr als das schmeißen wir das weg so ich weiß nämlich nicht ob wir hier irgendwas bekommen oder so Rebellenlager, Inventa ist voll, nein, verdammt, ich wusste es, weg damit, sehr gut, so, Quest in Love, Spion, was ist das denn, in Love, Spion, achso, ist auch fertig, gibt die Quest ab, und da sind sie schon wieder, teilweise muss man echt aufpassen, dadurch, dass die gefühlsmäßig recht schnell respawnen, kann sein, dass wir nach dem Level abhaben, können wir das in Falken nehmen, nach dem 10%, der das eigentlich macht, 13% oder 12%, gut, so, wenn das nicht mehr dauert, sind immer noch tief orange, nenn ich es mal, aber rot ist es jetzt, wenn ich jetzt, die noch was geskillt hat, hatte ich vor, dass sie eventuell skillen, Fokus-Regulation schneller ist, Reiserei ist auch nicht schlecht, Katze Wildtiere ist auch nachher cool, wenn ihr mich größer und rot, so, hier, ja, aber mittlerweile ist dann, obwohl 34, weiß nicht, 34 war glaube ich eben auch gelb, und ich habe keinen Platz, egal, gehen wir weiter, ist eh nur grau, ich finde ja lustig, dass sie einfach stimmen bleiben, das ist ganz kleiner Klassener, ganz kleinen Vorteil, lieber auf dem Server, aber ich habe jetzt extra geguckt auf die Karte, da sage ich nichts besonderes, vielleicht werden dann andere Sachen, verborgene Sachen angezeigt, keine Ahnung, so, wenn man wirklich was bringt, tut es ja nicht, kann man sonst nur so entdecken, Wildtiere, Eleventare, nehmen wir doch lieber hier, Apparaturmeister, gefühlsmäßig würde ich sagen, ist das besser, so, brauchen wir noch zwei Seiten vom Kapitel, eins, zwei, ja, ja, die tollen verborgenen Kübchen, na gut, ja, man nimmt sie alle mit, ich weiß gar nicht, ob der auch Sturmangriff kann, und dann nehmen wir unser, hm, unser, unser Mr. Crips, beziehungsweise den, so, oh, wo sind wir denn da, schnelle Schüsse, machen die alle ganz heiß hier, von wegen, äh, da könnt ihr an der Seite drin sein, und dann freust du dich bei jedem Mob, den du plünderst, und nix, nix drin, was man brauchen könnte, okay, ist auch noch eine von uns, Schubbe, das Grün, das können wir damit verschwenden das Graue weg, so, sieht auch gut aus, ne, äh, weiss ja immer das gehört hat, äh, äh, der hat versucht zu schießen aber gar nicht, er darf ihm auch schon ich glaube nicht und es ist mir nicht aufgefallen okay irgendwas raus wegschmeißen n n so grün n n zunächst was wir wirklich wegschmissen könnten ich denke mal die Rolle kann sie nehmen und dann sehe ich keine Rolle schweißen wir das weg das ist doch cool cool die zimmern schick sind wir bald ganz in grün hier wir sind ja Jäger es ist leicht da durchgekommen ich glaube das ist das sagen wir es hat der vorher nicht dass man sie alles bekommt durch meinen einzelnen skill oh manel jetzt wäre auch wieder ganz toll totstellen nein nein das war knapp das war richtig knapp schnell was essen wow das bringt den blutdruck hoch ich werde nicht mal nutzen wenn ich hier die doppelten seiten wegschmeißen würde weil der platz wäre ewig schmeißen wir die äpfel weg scheiß drauf ich könnte gegensteine nutzen 170 wie schlagen wir denn 127 ok nach wen hättest du noch gründet schon wieder 28 vom level wir oben fertig sind können wir schon ins land ziehen oder so das ohne bloße schlag um schlag gehen ich weiß nicht was ich wegschmeißen soll ich schmeiß mir die anderen äpfel auch noch weg so jetzt würde ich sagen versuchen wir schnell abzuhauen hier 30% zum vergleich 35 ja dann hält es hier uns quasi nur noch ungefähr 5 level bis 40 geht sich kann man glaube ich auch schon ein bisschen früher abholen falscher Knopf Prozent bis 45 können wir hier bleiben theoretisch um danach fängt ab 40 an ja oh ja die Hünder sind gut bestufen dass man nicht so wechseln kann zack zack es ist dann wirklich hier irgendwas wieder wegwerfen muss hätten jetzt auch grün sein können aber nö naja gut ganz grün ist auch langweilig hm hier muss noch irgendjemand sein ich erkenne das an den Leichen so dann mal schnell abhauen recht hoch abhauen dann nehmen wir auch nicht alles mit wollte ich gerade sagen aber gut hm die haben wir schon alle 10 oder die Kleder rum und sagt hier ist noch einer sehr schön ähm müssen wir wahrscheinlich erst verkaufen sonst können wir die Quest wieder nicht abgeben dann kommt ihr was ins Inventar obwohl man 10 Teile abgibt aber das ist ja egal ähm was ich allerdings glaube dass der Schlüsselbund einfach nicht angezeigt wird weil theoretisch haben wir ja einen Schlüssel mitgenommen was kann ich für euch tun 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 ähm das wuchs nicht mehr ui weg damit weg damit ähm hm 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 so hier ist keine Post es ist unten ach da wenn wir das kohle so haben wir schon wieder zwei gold hier war einmal zu lehrer und wir haben wieder kein gott wir sind heftig mit den preisen von den lehrern hätten sie sich um einen verlassen können gehen wir noch hier unsere schwingend on teil seiten abgeben abgeben gehen ich höre schon immer noch die rufe im ts hat wieder einen aspekt an noch ein aspekt ist an noch mal den aspekt aus werden noch der aspekt dann vier oder fünf jägern dabei ist besten ist wenn man irgendwelche fremdjäger dabei haben im test die auch nichts sagen oder das gefühl hast die haben dass der es zur seite gelegt ist auch lustig und die auch nicht auch anschreiben oder so reagieren schon lustige sachen erlebt ich denke mal das kennt jeder das ist manchmal echt zum haare raufen zum davonlaufen ja keine frenzies schuld normalwärtig oder wird man oft hier von diesen komischen fischen angegriffen furchtbar so nein das war falsch kapitel nein das war auch falsch ich dachte wir können uns abgeben ich habe da keine seite verkauft kapitel 2 kann ich ach also ich habe ja stimmt euch auf der bank ja das kann sein ich habe schon gedacht aha legt ein paar auf die bank kriegst du eh nicht so schnell zusammen na von wegen naja gut so aber da es jetzt eh dem ende zu geht würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge ich hole in der zeit dann schon mal die sachen aus der bank und ähm dann lasst doch ein abo da und wir sehen uns tschüss